Was geht ab, meine lieben Freunde? Neue Indie und herzlich willkommen zu einer Try Not To Love Challenge mit meiner Freundin oder auch Akzess oder Janina oder keine Ahnung was. Ja, heute haben wir uns überlegt für euch wieder eine gechillte Try Not To Love Challenge zu machen. Das haben wir ja im letzten Jahr gemacht, die kamen super gut bei euch an, aber es werden ja immer und immer wieder die Videos leider gesperrt teilweise und auch demonetarisiert und so weiter. Und ihr könnt sehen im Hintergrund, ich hab mir eine neue Vitrine geholt, Leute. Was sagt ihr dazu hier? Schön, oder? Die ist nice, ne? Also das erste Stück steht schon mal in meinem Zimmer. Bist du stolz auf mich? Geht so. Danke. Ja, wir haben uns heute mal eine Challenge rausgesucht, aber, jetzt kommt das große Aber, nochmal Vollbild bitte. Und zwar habe ich jetzt eine E-Mail eingerichtet, wo ihr mir lustige Clips schicken könnt, weil ihr wisst ja, ich bin ein Mensch, der nicht viel lacht, also mich kriegt man schwer zu lachen. Deshalb, die E-Mail ist jetzt hier eingeblendet, viel lachen Challenge, wie war die E-Mail? Viel lachen Challenge at gmail.com Viel lachen Challenge at gmail.com Schickt mir da lustige Clips, denn bitte nur lustige Clips, ihr wisst Bescheid. Schickt mir Clips, wo ihr denkt, dass ich lache und dann gucke ich mir die im nächsten Video an, da bin ich mal echt gespannt, weil ich hab keinen Bock mehr immer diese scheiß Videos reinzuziehen, weil die sind komplett kacke teilweise. Kann sein, dass wir heute mal was Gutes erwischt haben hier, Reddits Trainer2LoveChallenge, 20 Millionen Klicks ist von 2015, deshalb lassen wir uns da jetzt mal überraschen Leute und ich würde sagen, wir starten rein, oder? Aber, aber, was ist mit dem Verlierer, was passiert mit dem? Weiß nicht, weiß ich nicht. Habe ich dir gerade erzählt? Ich hab's vergessen. Das ist zu hart, ne? Also, wer am Ende am meisten gelacht hat, der Verlierer streckt die Hand aus und der eine darf voll durchziehen. Oha. Ja. Ich weiss dir, ich... Wer hab ich dazu gestimmt? Ja, hast du. Guck mal, sogar die Hand mit deiner Kette, das tut noch mehr weh. Weißt du, dust die Kette dahin und... Nee, ich mach dann richtig hart, das wird dann... Ich werd durchziehen, okay? Aber nicht, dass es am Ende heißt, er nicht schlägt seine Freundin. Bevor das Video aber losgeht, Freunde, wollte ich schon mal aufmerksam machen auf die Aktion von meinem Partner Level Up. Die geht nur noch bis heute, 23.59 Uhr, Freitag. Deshalb schlagt zu, ihr könnt euch nämlich drei Dosen holen und was passiert? Eine fällt weg, also ihr zahlt nur zwei. Ihr bekommt drei Dosen im Preis von zwei, spart also über 40 Euro. Ihr könnt euch ja mit Kollegen zusammentun und das Ganze euch gönnen, wenn ihr wollt. Und denkt dran, Code JBG2, damit spart ihr dann am Ende. Und wir starten jetzt rein. Boom. Boom. Let's go. Nicht lachen oder grinsen, achtet auf unsere Gesichter. Ich muss jetzt schon... Okay, sei ruhig jetzt. Eins, zwei, drei, let's go. Oh mein Gott, ihr fucking Kinder! Ich habe Pläne, um zu sein! Das ist nett, was ist das? Cut! Was? Also ich führe schon mit 2-0, Leute. Was? 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 Ah! Oh, das ist süß. Das ist echt süß. Das war gut, ey. Fuck. Fuck. What love your pants, maggot? Mother in it. Jacob, keep your shirt on! No! Good one, child. Fuck. Whoa. I'm going to have a nap. You're not going to have a nap. Also wenn das kein Vater-Sohn-Goal ist, dann weiß ich auch nicht. Das war nicht lustig. Was ist das denn, Alter? To talk to a customer, please press 1. What the fuck, Richard? What the fuck? Hä? Bah! Was ist das denn, wie ist der denn am kacken? Wie ein Hund kackt, dass wir ein Hund kacken. Also ein Hund kackt doch nicht so, ey. Doch. Ja? Also noch nie ein Hund kackt. Nein, der macht doch mal die Beine so hoch. Ja, wenn er pink ist. Achso. Wie soll er so kacken? Keine Ahnung. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Bloop! 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 Oh no! Das ist warum Mom nicht F***ing love you! Hey Ron. Hey Billy. so is it any wonder people are afraid of technology technology even the babies are one of the most dangerous animals in the world so I built this case to keep them secure so there's no possible oh my god I'm gonna do it also that's crazy that's what I'm going to do ey was I'm going to do that was the most moment in the video yeah also 1-2 times I was a little laughing but yeah guys send me your things in my email ey mal gucken ob ihr mich zum lachen bringen könnt weil voll viele waren nicht lustig ne sagen wir ehrlich ich musste auch bestimmt voll viel wegschneiden wegen der Musik das ist auch wieder so ein Ding deshalb versucht mir Sachen zu schicken wo nicht auch zu viel Musik drin ist und sowas aber ja wir gucken uns jetzt noch eine letzte Sache hier an hier kennst ja diese Challenges impossible es ist unmöglich nicht zu lachen who the hell would want to smell like Africa ey no what are you doing hey no I can't drink no 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 I can't this is illegal hey my whole family is illegal bro fuck it was war das für ne ohne Scheiß ey ohne Scheiß ey ohne Scheiß du hast mehr gedacht als ich obwohl ich über jeden Scheiß lach ja ich verstehe das nicht komm eine letzte Sache noch Leute gucken wir uns das jetzt nochmal hier an ich hab einfach irgendwo drauf geklickt was soll ich machen man kann ja nicht vorher angucken und wissen ah die sind gut oder nicht ne deshalb schickt mir alles in die E-Mail viel-lachen-challenge-at-gmail.com let's go want to join my free gift card giveaway yeah yeah ya sure step aside kid we are in a 2, 1, go! Oof. 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 Alter, heftig. was eine scheiße leute jetzt seid ihr gefragt schickt uns sachen ich will mir nicht mehr solche sachen rein ja ist echt so viel lach viel lachen challenge at gmail.com hier steht es jetzt ja lasst den daumen nach oben da checkt sie aus und jetzt lachen wir mal fürs thump day da sollst du lachen und jetzt einmal ganz ernst gucken ok jetzt bestrafung komm kannst du mich schlagen mach jetzt zieh durch aua warum ziehst du denn so durch ja leute wir sind raus haut rein lasst den daumen nach oben da denkt an die e-mails macht's gut haut rein und ciao